Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Stream von der Disney Legacy Challenge. Wir hatten jetzt tatsächlich, wie lange bin ich live, zwei Stunden, mit technischen Problemen zu kämpfen, weil das Haus, was wir im letzten Stream ausgesucht haben und eingerichtet haben von Ella, hat irgendwie nicht mehr funktioniert. Wir wissen nicht warum, es gab immer eine Fehlermeldung, wenn ich in das Haus reinladen wollte. Und nachdem wir jetzt im letzten Stream und heute insgesamt drei oder vier Stunden probiert haben, den Fehler zu finden und das Problem zu lösen, haben wir uns jetzt schweren Herzens dazu entschieden, dass wir dann das zweitplatzierte Haus auswählen. Das ist dieses. Ich kann ja mal kurz dicht ins Dunkel bringen. Das ist das Haus. Es wurde von Ali gemacht. Und ich kann es nochmal kurz hier zeigen. Und da, das ist das Haus. Hier seht ihr ja die ID und könnt das Haus runterladen. Es ist auf dem zweiten Platz damals gelandet, damals letzte Woche. Und ja, wir werden das jetzt einrichten und hoffen, dass es dann funktioniert. Fünf Stunden. Wir haben fünf Stunden nach dem Fehler gesucht. Und nach fünf Stunden, so böse das klingt, aber ist dann auch mal gut. Und ja, wir müssen jetzt damit leben. Die Familie hat gerade außergewöhnlich viel Geld. Ich fährt das mal wieder auf... Wir haben das nämlich auf 465 gesetzt gehabt. Und durch das Rumprobieren haben sie jetzt ein bisschen Geld von uns bekommen. Und ja, ich glaube, muss ich Badezimmer-Sachen löschen? Ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall die Sachen löschen, die von Ellas Haus noch bei uns sind. Und deswegen lösche ich die jetzt erstmal. Damals vor drei Jahren war es zweiter Platz. Also eigentlich so damals... Waren wir drei von diesen Mülleimern? Oh Gott, Leute. Wir sind einfach dreimal umgezogen. Deswegen habe ich, glaube, drei von diesen Mülleimern und drei von den Pflanzen. Ich habe, glaube, dreimal von allem, weil wir so oft umgezogen sind. Es tut mir so leid, dass wir das jetzt durchstehen müssen. Aber wir haben halt, wie gesagt, so viel probiert. Erstmal zwei von allem löschen. Alles klar. Und den Herd auch dreimal löschen. Ei, ei, ei. Die Fahrräder müssen wir auch alle löschen, weil die waren bei Ellas Haus mit dabei. Dusche kommt weg. Oh Mann, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Da löschen wir mal eins. Dann schieten wir ein kleines bisschen den zweiten Staubsauger noch weg. Die Debug-Hacken. Wenn wieder da, was ist passiert. Willkommen zurück, Emi. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir ein anderes Haus nehmen. Weil das mit dem anderen Haus irgendwie nicht funktioniert hat. Und wir alle nicht wissen, warum. Also. Ich glaube, das war auch nicht bei uns. Vor allem haben wir auch die Medaillen zweimal. Richtig, richtig weird. Warum haben wir alles dreimal, Leute? Warum? Oh mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Richte doch erst einen Verkauf daran. Das könnten wir natürlich auch machen. Oder ich mache es parallel, dass ich sage, okay, wir platzieren jetzt den Tisch und die anderen Tische verkaufen wir. So. Passt das mit unserem Farbschema? Okay, ich habe Move-Objects auf. So. Hier hinten kommt dann das Wohnzimmer hin. Das passt natürlich auch sehr gut. Hier hatten wir ja gesagt, kommt das Elternschlafzimmer. Dann haben wir hier noch einen Dingens-Tisch. Die Feuersteine. Mein Name, herzlich willkommen und danke fürs Folgen. So, davon brauchen wir auch nur eins. So, da eins. Die hatten wir tatsächlich, wenn wir die mitnehmen, haben wir die auf illegale Weise mitgenommen, weil die bei Ellas Haus dabei waren. Ja, eins von diesen Dingern brauchen wir. Was ich jetzt gerade drin nicht platzieren kann, platziere ich einfach mal draußen. So, Feuermälder. Ist hier schon einer? Nein, ich glaube nicht. Dann platzieren wir den ja vorsichtshalber. Weil ich kenne ja meine Sims. Und ihr kennt meine Sims. Ich habe ja übrigens am... Boah, ich weiß es gerade gar nicht. War das am Samstag? War es am Freitag? Habe ich eine Abstimmung gemacht, wo ich euch... Also, was heißt Abstimmung? Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr so mit mir in Verbindung bringt, etc. Und... Recht viele von euch bringen mich auf mir unerklärliche Art und Weise mit Feuer in Verbindung. Also, ja. Irgendwie scheint ihr Feuer mit mir zu verbinden. Und ich weiß überhaupt nicht, wieso. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir da auch wirklich ein Feuermälder hin platzieren. Und ich sage es euch, wenn wir beim nächsten Mal in das Spiel reingehen und wir können das nicht laden, dann werde ich sowas von Anfang zu heulen. Und dann kriegen sie aber wirklich einen neuen Spielstand. Dann werde ich das machen. Hallo, mein Name ist nicht wie gekommen. Ähm... Wir kennen dich, ja. Ihr kennt mich leider zu gut mittlerweile. Okay, äh... Okay, Wasch... Mittel... Waschputzzeugdingens haben wir. Das müssen wir noch verkaufen. Sie hat mittlerweile drei Diplome und ich kann die nicht verkaufen. Alles klar. Ähm... Wo ist denn das andere Bett? Bin ich gerade lost? Das irritiert mich so, dass wir jetzt einfach zwölf Stühle, Leute. Einfach zwölf Stühle. Hallo, Dilli, herzlich willkommen. So, wo sind die Stühle hin? Also, ich kann euch sagen, dieser ganze Umzug war anstrengend. Nicht nur für die Familie, sondern auch für mich. Okay, die Lampen haben wir uns auch illegal geschnappt, als wir umgezogen sind. Ähm... Ich habe vor einer Minute meine Pflanze gegossen. Wirklich eine Minute hin. Jetzt kommt die Nachricht, meine Pflanze hat Durst. Wird ihr ab? Nicht verarschen. Ja, die kommt immer 16 Uhr. Die kommt alle zwei Stunden, diese Benachrichtigung. Ich habe mittlerweile die Hoffnung aufgegeben, dass ich das irgendwann mit der Pflanze hinkriege. Und habe sie schon seit Tagen nicht mehr gegossen, gebe ich zu. Aber ich trinke. So, wir haben ja gesagt, hier kommt dann das Bett hin. Da muss ich Most Objects on. So, dann kann ich das auch hier... Kann ich das auch so platzieren? Es muss doch irgendwie so passen, oder? Hoppala. Oder so. Nee, ist zu nah im Kühlschrank, glaube ich. Vielleicht so. Ich probiere es einfach. Den Mülleimer, den können wir hier rüberstellen. Das ist ja dann nicht so wild. Um rechts ist das Kinderbett da. So. Oh man, Leute, wenn das jetzt funktioniert. Wenn es jetzt funktioniert, dass sie das benutzen können. Ey, ich glaube, ich fange an zu weinen. So, die... So richtig ist noch. Das können wir verkaufen. Das brauchen wir nicht. Das Basketball-Ding, das dürfen wir leider nicht behalten. Das dürfen wir zweimal nicht behalten. Kann ich das einmal dort platzieren irgendwo? Ich mache mal... Move Objects off, damit ich weiß, wo ich das hier... Ach, das passt sogar. Sieht okay aus. Was für eine Pflanze, die... Oh, wie hieß sie? Plant Nanny App. Da kann man einstellen, dass sie erinnern soll, wann man was trinken muss. Und dann wird die Pflanze gegossen. Also man ernährt quasi eine Pflanze damit. So. Ich bin bei meiner vierten Pflanze und gieße immer noch. Ich bin bei meiner zweiten. Bei meiner zweiten Pflanze. Und die ist am verdorsten. Greta, danke fürs Folgen. Herzlich willkommen. Okay, wir müssen das jetzt mal irgendwie hinkriegen. Moment. Moment. Vielleicht machen wir das. Oh, funktioniert das so? Ja, das funktioniert so nicht. Oder funktioniert das so? Oh, ich weiß es nicht, Leute. Funktioniert das? Nee, oder? Ich wollte das eigentlich mittig platzieren, aber das funktioniert ja irgendwie nicht. Weird. Wir gucken einfach mal. So, dann hängen wir das hier drüben an die Wand. Können dann... Ja, miau. Können dann das so platzieren. Oh, mich nervt das, dass wir da kein passendes Holz dafür haben. Es ist ein Kaktus. Wenn Emily fragt, was es wird, sagt sie einfach nur, es ist ein Kaktus. So, wir haben jetzt natürlich zwei von diesen Dingern. Kann ich die irgendwie löschen? Nein. Ah, ist ja natürlich nervig. Jetzt hat sie drei Diploma. Aber okay. So, die anderen beiden Betten können wir löschen. Ich weiß nicht, warum der Kater gerade am Meckern ist. Eine Tür anders platzieren. Können wir machen. So. Und dann... Ist trotzdem so ein... Hä, warum passt da kein Doppelbett rein? Aber wenn ich jetzt... Das Bett mittig mache, ist da auch nur so eine kleine Lücke. Das Zimmer müsste in der Länge breiter sein. Aber so könnte es auch funktionieren. Dann machen wir das einfach so, wie wir das in dem anderen Haus auch hatten. Wir ziehen das einfach so. Hier ihr Diplom. Da in die Ecke machen wir das. Mit dem Ding. So. Passt. Ein halbes Kästchen reicht ja. Passt du der Schrank nicht rein? Ja, so ein bisschen, ne? Aber vielleicht kriegen wir das so hin. Vielleicht passt das so. So, dann hier im Kinderzimmer. Wollte ich das tatsächlich wieder da drunter machen? Weil dann können wir nämlich hier die Schmetterlinge dran machen. Da sind wieder Pflanzen. So. Passen die irgendwo hin? Also der Mantel. Ach, das geht so. Denke ich zumindest. So, zwei von denen können wir da noch verkaufen. Jetzt haben wir leider nicht mal so einen Eingangsbereich. Das heißt, wir müssen das... Move. Aber das schnägt's an. Ansonsten ist es halt nur Deko, wenn sie da nicht drauf sitzen können, ne? Okay, das ist auch ein Baum. So. Das Hundekörbchen. Ach, ich glaub, das passt jetzt nicht mehr da rein. Ja, das könnten wir da hinstellen. Wir haben jetzt im Wohnzimmer ein bisschen mehr Platz. Dann ändern wir nur die Farbe. Dass es so ein bisschen reinpasst. So. Die Medaillen... Also, die Medaillen lege ich alle erstmal nach draußen, wenn ich die sehe. Weil... Die müssen wir ja danach sowieso manuell quasi reinstellen. So. Die ganzen Pflanzen. Da ist der Teppich. So. Ich find das so schade, dass man die Pflanzen nicht einfach so markieren und wegstellen kann. Da müssen wir gucken, ob das funktioniert. Das ist ja eigentlich nur Deko, aber... Ne? Man kennt Sims. So. So. Ich hab grad eine Nachricht bekommen. Ne? So. Dann machen wir das hier wieder drauf. Das ist, wie gesagt, ja, ein Geschenk gewesen von Miro. Ich versuch das jetzt quasi in Highspeed einzurichten. Ich denke mal, das sieht man auch. So. So. Die Familientafel. Die haben wir eigentlich aus dem anderen Haus. Aber ich platziere sie trotzdem mit da rein. Dann können wir ja ein bisschen weniger Geld geben am Ende. Hoppala. So, da ist noch Spielzeug. So. Die Spielkiste. Für die Kinder können wir doch aber eigentlich auch hier draußen mit hinstellen. Ist noch nicht fertig. Ich versuch mich nur ein bisschen mit dem Tempo, sag ich jetzt mal, so ranzuhalten. Damit wir heute auch noch zum Spielen kommen. Weil ich würde tatsächlich gerne heute noch den Abschied von Miro nehmen. Auch wenn das ein ganzes Stück Arbeit ist. Heiliger Bim Bam. Speed-Dekoration mit Anna. Ich bin übrigens im Log einen Mod übersetzen. Welchen übersetzt du? So. Ah, das passt. Heiliger Bim Bam. Ey Leute, wenn es einen Wettbewerb gäbe, wie schnell kann man dann unsere Horns einrichten. Ich würde tatsächlich gerade wahrscheinlich den ersten Platz belegen, weil ich halt einfach jetzt so fixiert darauf bin, fertig zu werden, damit wir Miro um die Ecke bringen können. Also natürlich auf eine ganz liebenswerte Art und Weise. Aber. Oh Gott, was mache ich hier? Oh mein Gott. Die Familie hätte einfach so viel Geld allein durch die Möbel. Ey, so unfassbar. Das ist unfassbar. Schade, dass wir alles wieder löschen müssen. So. Ach, das stelle ich einfach mit hier hin. So einfach hier so in die Ecke. Ich hätte keinen Nerv dafür, ein Haus 23.235 Mal einzurichten. Same, aber. Das Positive ist natürlich, es ist ein Mini-Haus, Leute. Es ist nur ein Mini-Haus. Ich habe schon das Gefühl, mein inneres Ich wusste, warum ich ein Mini-Haus wollte. Sie machen das einfach so, ob sie die Objekte am Ende benutzen können oder nicht, ist mir sowas von egal. So, das verkaufen. Das verkaufen. Da noch zwei. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Aber es wäre auf jeden Fall cool. Wir probieren es mal. Der Mod mit den hütlichen Krankheiten. Da habe ich die Übersetzung irgendwo gefunden. Deshalb mache ich es jetzt. Oh nice. Der Mod, den finde ich tatsächlich auch sehr interessant. Aber ich glaube, ich kann mich nicht dazu überwinden, den zu installieren, weil ich immer meinen Sims-Hanger. Aber ich habe den gestern in einem Video von Nina gesehen und dachte mir so, hm, eigentlich ist das voll cool. Aber ich glaube, ich könnte mich nicht dazu überwinden, den zu installieren. Mein Gott, stell dir vor, das wäre Stellas altes Haus gewesen. Ja. Das wäre... Puh. Eine ganz andere Hausnummer gewesen. Also for real. Eine ganz andere Hausnummer. Ich weiß gar nicht, ob das hier an Arbeitsplatz reicht. Wir werden das erstmal so lassen und wir werden dann irgendwann sehen, ob das quasi ausreichend ist oder ob wir die beiden Sachen nochmal durch Arbeitsplätze ersetzen. Was? Hilfe, woher kommen die ganzen Leute? Das ist unsere Familie. Lebt Stella noch? Nein. Das klingt jetzt böser, als es gemeint ist, aber sie weiht nicht mehr unter den Lebenden, weil Sisi durfte ja erst heiraten, wenn ihre Mutter gestorben ist. Hey, guckt mal. Wir haben Kuchen. Ganz viel Kuchen. Irgendwas Positives hat das. Ähm. Jedenfalls durfte sie ja erst heiraten, wenn ihre Mutter gestorben ist. Nehmen wir einfach das. Oh, warte, ich tue Leute. Gibt das so schneller? Nicht wirklich. Ähm. Und deswegen haben wir versucht, dass die beiden sich so sehr streiten, dass sie äh stirbt. Der Plan ging nicht so hundertprozentig auf, aber irgendwie ist sie dann doch gestorben. Und ach nee, das mache ich jetzt nicht 14 Mal. Jof, hast du darauf reagiert, dass ich so genervt bin? Oh mein Gott, Leute. Wir haben es fast geschafft. Zumindest mit der groben Einrichtung. Oh mein Gott. Die müssen noch weg. Die Pflanze muss ich dann noch hinstellen. Okay, die grobe Einrichtung ist fertig. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt quasi nur noch die Feinschliffarbeiten machen. Oh mein Gott, Leute. Ähm. Also, Stella lebt nicht mehr. Sie ist, ähm, vor Scham gestorben. Es war tatsächlich im Endeffekt nicht unsere Schuld, dass sie gestorben ist. Sie ist vor Scham gestorben. Wir haben jetzt keinen Platz mehr für unseren Schreibtisch. Eieieiei. Eieieiei. Der Kuchen ist zu ein, weil, ja, die ganzen Teller einfach. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ihr könnt 4000 für die heraus... Nee. Insgesamt. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn ihr jetzt 4000 am Tag da hinzufügen könnt, dann ist das schon ein bisschen crazy. Aber okay. Platzieren uns einfach da. Okay, Leute. Wo platzieren wir unsere restlichen Sachen? Ähm... Könnten... Ich weiß nicht, wie cool das ist, wenn wir den Schreibtisch... Nee, Moment. Das können wir noch ein bisschen näher rücken. Wir werden den Schreibtisch hier dahinter stellen. Das ist doof, oder? Wenn das so angrenzt. Moment, erst mal. 456. Schaut euch noch mal diesen Geldbetrag an. Da. Schaut ihn noch mal genau an. Denn jetzt ist das Geld weg. Ähm... Ich glaube, bis die sterben, gibt es nichts anderes außer Kuchen. Ja, ich glaube auch. Also, diese Familie wird einfach Kuchen lieben. Oder wir machen das ein bisschen anders, dass wir das hier so platzieren. mit denen tatsächlich ins Inventar platzieren, weil ich bin jetzt nicht so ein riesiger Fan von diesen Wäscheständern. Dann können wir... Hoppala. Die Geige vielleicht hier mit hin platzieren. Ach, die Stellen sind doch sowieso hin, wo sie wollen. Dann haben wir hier noch eine ganze Menge platzt. Irgendwie gefällt mir das mit dem Schreibtisch nicht so. Hm. Du hast ja jetzt so viel Geld, da kannst du einen teuren Fernseher kaufen. Das mussten wir ja wegmachen. Redet ihr das nur weiter? Anna? Hallo Markus, herzlich willkommen. Mir geht es soweit. Okay, wir mussten jetzt leider ein bisschen rumstruggeln. Warum habe ich das dahingestellt, wenn wir doch das da unten haben? Ich musste ein bisschen rumstruggeln mit dem Spiel, weil das mit dem Ding in Sat nicht so funktioniert. Irgendwie? Moment. Oh, okay. Moment. Ist das cheaten? Ist das cheaten, was ich gerade mache? Funktioniert nicht so ganz. Moment. Ich denke mal, das ist cheaten, oder? Zeigt ihr mir das? Ich hoffe es mal. Ah, Mann. Ah, Mann. Ich will nur gucken, wo wir halt am besten den Schreibtisch in platzieren können. Das könnten wir theoretisch... Ah, nee, das passt nicht so ganz. Könnten wir das hier mit dran machen? Keine Ahnung, ob das so cool ist. Aber dann könnten wir den Schreibtisch hier in platzieren und den Hocker könnten wir hier so daneben stellen. Der Mülleimer, der passt da in die Ecke, denke ich mal. Und dann könnten wir... brauchen wir diesen Kreativtisch. Ich habe keine Ahnung. Dann könnten wir das so hier machen. Ich weiß nicht, ob das cool ist oder nicht. Wir haben auch noch diesen Tisch. Den könnten wir dann da einstellen. Es ist ein kleines Haus, aber wir leben damit. da war gerade wieder leicht schockiert. Ja, ein bisschen. Mein Haus ist einfach zu eng. Naja, du hast ja... Wartet mal kurz, wir können ja mal sehen. 99 von 100 fließen. Das ist genauso viel, wie wir in dem Haus von Ella hatten. Nur, dass es halt ein kleines bisschen anders aufgeteilt ist. Und das ist ja nicht schlimm in dem Sinne. Also... Die Häuser sind ja alle so eng. Wir hatten ja vorher eine größere Wohnung. Ich glaube nur, das Badezimmer ist ein bisschen größer und deswegen kann das halt sein, dass es ein bisschen enger wirkt. Aber ansonsten ist hier da jetzt kein Problem. So. Ähm. Kein Laptop auch an die Küchentheke stellen. Oder wir können einfach einen kleineren Schreibtisch kaufen. Warum so viel Geld und jetzt ist es weg? Autsch. Okay. Aber ich würde sagen, ein Holzarbeiten einen Schreibtisch. Ähm. Was gibt es denn noch für Schreibtische? Könnte natürlich auch so einen kleinen Schreibtisch hier nehmen. Ich glaube, das könnten wir machen. Weil ich glaube, der würde auch viel besser mit P. Viel besser in diesen Stil vom Haus passen. Weil ja, es mit den Farben passt so. Ähm. Weil das Haus ja auch ziemlich klein ist und hat es nicht einfach einen kleineren Schreibtisch geholt. Weil es ist ja jetzt nicht so essentiell lebensnotwendig für sie, dass sie einen Schreibtisch haben. Theoretisch könnte ich dann auch das hier einfach nur umtauschen und das hier daneben stellen. Weil ich meine, wenn du Kinder hast, dann ist sowieso dein ganzes Haus ein Kinderzimmer. Wir wohnen vielleicht noch einen Teppich vor das Sofa. Das könnten wir machen, wenn wir noch Geld dafür haben. Den Sofa. Den Teppich finde ich eigentlich immer ganz schön. Der Farbe finde ich eigentlich auch ganz passend. Kurz den Laptop umlackieren, alles klar. So macht man das. Okay, ich würde sagen, wir belassen das erstmal so. Und das ist unser Haus. Und ich werde das Haus erstmal speichern. In meiner Bibliothek. Damit ich das eingerichtet habe. Dann speichern wir so und dann haben wir unser Haus und können weiter spielen. So ist es gut, so ist es besser. Wait, Anna da bei dem Schlafzimmer ist doch ein Teil zugebaut. macht es auf und stelle die Trophäen hin. Im Schlafzimmer ist ein Teil zugebaut. Da! Stimmt! Warum ist das zugebaut? Wahrscheinlich wegen der Symmetrie. Moment. Oder wollen wir das? Das ändert jetzt alles, Leute. Dieses Kästchen ändert gerade alles, weil... Oh, Moment. Ich habe das Gefühl, wir könnten das Kinderzimmer noch ein bisschen umändern, weil das hier könnte theoretisch schon Platz her ausreichend sein, aber hier fehlt uns noch ein bisschen was an Platz. Theoretisch könnten wir... Wir haben 99 von 100 Fliesen. Moment. Ist Ali da? Ist das okay, wenn ich das mache? Ist das okay, wenn ich das mache und dann das hier noch ein Stückchen größer ziehe? Bist du damit okay? Oder darf ich das nicht? Dann würde ich das hier nämlich ein bisschen mittiger platzieren. Dann hätten wir nämlich ein größeres Kinderzimmer. Ali, ist das okay? Ich mache jetzt einfach weiter. Wenn du das nicht okay findest, dann schrei einfach. Weil ich finde, die Kinder brauchen tatsächlich ein größeres Zimmer als ihre Eltern. Aber klar kannst du machen. Sehr gut. Dann können wir das nämlich nicht 100%ig so platzieren, wie ich das wollte. Funktioniert nicht mit dem Hochbett. Nee, das passt da nicht. Dann müssten wir das eckig machen. Das will ich nicht. Nee. Luna, danke fürs Folgen. Herzlich willkommen. Fenster weg. Es kommt, also das ist ja nicht abhängig vom Fenster, weil, wenn ihr mal guckt, ich wüsste nicht, wo ich das jetzt hin platzieren soll. Wenn ich das so mache, dann müsste das Bett hier unten so stehen und dann steht das hier drüber. Deswegen können wir das nicht machen. Das heißt, es müsste entweder hier an der Wand stehen. Das geht aber nicht wegen dem oder es müsste hier stehen und dann steht das Bett hier auch mittendrin. Das heißt, es muss schon so rumstehen und das funktioniert hier halt auch nicht, weil da auch eins zu wenig ist. Dann mache ich es ganz drunter. Ja, aber ich wollte es eigentlich so so eckig haben, weil ich das so cool finde. Aber recht hast du Platz sparen, da wäre es eigentlich so, wenn wir das so machen. So würde es natürlich gehen. Nee, wir machen das mal noch nicht. Okay? Wir machen das, wir lassen das Haus erst mal... Hoppala, was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich das zu viel gemacht? Ja, das war ein bisschen zu viel. So, wir machen das, wir lassen das Haus erst mal im Ausgangszustand und wenn sie dann älter werden, dann könnten sie ja dann zu ihrer Mutter als Teenager sagen, ähm, ja, uns gefällt es nicht mehr so, wir wollen mehr Platz haben und dann machen sie das so gerade und dann haben sie mehr Platz. Also, ich würde sagen, wir lassen das erst mal so. Wann spielen jetzt? Jetzt bin ich ein bisschen nervös, Leute, weil wir jetzt spielen. Okay, erstmal automatische Lichter. Das Gute beim Mob-Übersetzen, genau. Man lernt auch noch ein paar englische Worte. Ja, das stimmt. Ich finde das auch immer ganz cool, aber ich muss auch ehrlich gestehen, ähm, da ist es Charlottes Bett und das ist das von Tina. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich finde das tatsächlich aber auch sehr anstrengend. So. Oh Gott, ich dachte jetzt schon wieder, sie kann nicht ins Bett gehen. Okay, aber Sisi kann sich jetzt erstmal darum kümmern, dass der ganze Kuchen hier wegkommt. Äh, Mina, herzlich willkommen, danke fürs Folgen. So. Sie räumt jetzt hier noch ein bisschen, sie ist topfit, warum kann sie das nicht? Weil ihr der Kuchen nicht gehört, oder wie? Warum funktioniert das nicht? Warum geht das nicht? Kann nicht gelöscht werden. Ja, toll. Moment. Move Objects off. Liegen die einfach nur im Weg? Ich weiß es nicht. Hey, Musikgamer, herzlich willkommen, danke fürs Folgen. Ich denke mal, nee, nicht zum Essen rufen. Ich denke mal, sie kommen nicht an den Kühlschrank ran, oder? Ja. Probier's mal so. Aufräumen. Weglegen. Aufräumen. Hä? Warum? I don't get it. Aufräumen. Aufräumen. Okay, hier funktioniert irgendwas nicht anscheinend. Funktioniert das jetzt? Leute, was ist das? Okay, der Müllheimer funktioniert. Da können sie auch drumherum laufen. Aber warum kann ich die Kuchen nicht wegpacken? Warum kann ich das nicht aufräumen? Warum T-Post sie dann? Ähm. Objekt zurücksetzen. Warum? Funktioniert das nicht wegen dem? In der Schale? Was könnte sein? Moment. Was ist das, Leute? Warum? Hallo, Lea Sims War. Herzlich willkommen. Äh, ja. Ich hab auch die kleinen Packs. Ich versteh's nicht. Leute, ich versteh das nicht. Wo ist das Problem? Moment. Kann Miro das machen? Äh, hallo Luise, herzlich willkommen. Ja, ich habe alle Packs. Ich habe jedes einzelne. Was ist jetzt sein Problem? Oh, er denkt dann... Sissi? Also die Teller, die ich jetzt selber wegmachen kann. Ich kann die aber auch nicht alle wegmachen. Ich bin verwahrt, Leute. Die Tür. Janita, herzlich willkommen. Was ist mit der Tür? Welche Tür stört? Normalerweise gehen die auch in den Müll. Ich kann die ja nicht mal ziehen. Dann wäre eigentlich eine große Mülltanne. Jan Müllehren geht es. Wo ist eigentlich der Hund? Ich habe den Hund draußen vergessen. Hey, kannst du bitte... Einmal Peaches wecken? Oh mein Gott, das stimmt. Da sind ja Stufen und Peaches kommt auch da nicht hoch. Kannst du bitte Peaches hochheben? Und dann Peaches hier absetzen. Keksi, dankeschön, dass du mich daran erinnert hast, dass wir ja noch einen Hund haben. Äh, habe ich fast vergessen. Danke fürs Folgen, Janita. Dankeschön. Süß. Ja. Oh mein Gott, Leute. Beste Hundemama EU-West. Okay, heute reden wir ein Pirat-Tag. Okay, wir versuchen jetzt einfach mal, dass ich jetzt alles benutzen kann. Vielleicht hilft der Geldmühleimer. Ah, toll. Aber zum Glück haben die Kinder keinerlei Scham vor ihrer Mama. Äh... Ich glaube, die Kuchen sind verbackt. Da steht ja auch nicht, was es für Kuchen sind, wie lange die noch heitbar sind. Leute, wir... Ich gebe mich jetzt nicht... Äh, danke für die 100 Bits, Markus. Dankeschön. Ich wollte mich gerade sagen, ich gebe mich jetzt nicht mal mit diesen Kuchen ab. Das ist mir jetzt sowas von egal. Habe ich den Teppich verschoben? Äh, wir werden jetzt alles... Was... Wir nicht aufräumen können. Also alles. Einfach entsorgen. Also ins Inventar verschieben. Kriegen dafür ja sowieso kein Geld. Gibt es eine Möglichkeit... Ähm... Die dann endgültig zu löschen, damit die nicht unser Inventar vollmüllen. Funktioniert das irgendwie? Wisst ihr das? So, habe ich irgendwo Teller übersehen. Da sind noch Teller. Äh... By the way, muss ich draußen noch die Medaillen einsammeln. Das ist mir gerade noch eingefallen. Aber okay. Äh... Dann kann sie da mal füttern. Und dann kann sie Frühstück servieren. Früher ein mit Speck. Wir haben jetzt natürlich nur die standardmäßigen Größen. Höh! Haben wir nicht. Äh, da Familiengröße. Wir sind nur zu viert. Und ich werde parallel... ... die ganzen Medaillen da wieder rein verschieben. So. Easy peasy lemon squeezy, Leute. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. So. Eigentlich fehlen noch zwei Medaillen, aber das kriegt er leider nicht mehr hin, weil... Ähm... Oh... Ist das süß? Ich bin jetzt schon mal... Ja, ist okay. Oh, guck dir mal Peaches an! Oh mein Gott. Gut, dass du Katzenmama bist. Ja, Lea, das stimmt. Das stimmt. Also... Ich wäre aktuell noch eine schlechte Hundemama, aber Katzenmama ist okay. Morgen wieder Hund draußen vergessen. Gar keinen Bock. Ja, true. Okay, also anscheinend scheint jetzt alles zu funktionieren. Können wir da eine Ausgangssperre verhängen für 19 Uhr? Weil die Kinder sind ja noch klein und deswegen... Ne? Okay, das funktioniert auch anscheinend. Oder auch nicht. Hallo? Und dann kann sie sich auch ein Gericht nehmen. Sie muss auf Toilette. Und dann kann sie nachdenklich duschen und dann kann sie sich auch... Okay, Leute, das funktioniert. Och, ich bin so erleichtert gerade. Und so erleichtert, dass wir endlich spielen können. Vielleicht, weil die aus anderen Häusern sind. Das kann auch sein. Oh, Peaches muss mal pipi. Aber wir können auch nicht mit Peaches pipi gehen. Und bitte ein Geschäft zu erledigen. Bitte draußen auf unserem... Eingangsflur-Dingern ist okay. Okay, Peaches. Oh, Leute, ich glaube, wir werden auch so ein großes Problem damit kriegen, dass wir nur ein Badezimmer haben. So, kannst du dir jetzt was zu essen nehmen? Warum kommt sie da jetzt nicht hin? Warum? Steht sie im Weg? Hallo? Sissi? Sissi, kannst du jetzt bitte den Lokus benutzen? Ich glaube, sie kommt hier einfach nicht raus, wo ihre Mutter dasteht, oder? Oh, nee, das war das falsche Kind. Habe ich die beiden tatsächlich verwechselt? Oh, nee, ist nicht. Irgendwann fange ich einfach an zu weinen. Mann, wieso geht die nicht auf Toilette? Oh, nee. Wir brauchen draußen noch so einen Busch. Weißt du schon, was du mit Tina machen wirst? Wir werden versuchen, ein Restaurant zu eröffnen. Oh, Mann. Und wir müssen... Aber wir haben es noch wärmer gestellt. Verstehe ich es nicht. Leute, ich bin aber noch ein bisschen lost, ne? Wir werden das Geschäft zu erledigen. Aber der Hund kommt halt nicht aus, ne? Das ist halt ein bisschen doof. Der macht jetzt Pipi irgendwo bei uns in der Wohnung. So, bitte einmal Lokus benutzen, gehen. Okay, sie können die Toilette benutzen. Das ist schon mal was Positives. Warum haben wir 2000 Simoleons? Hm. Soll mir recht sein. Also, das hier können sie ja zum Glück jetzt alles benutzen. Das heißt... Durch Miro. Stimmt, er war Arbeiten. Ganz vergessen. So, das heißt, er wird jetzt... Bitte einmal nachdenklich duschen. Dann geht er den Lokus benutzen. Und dann isst er auch mal was zum Frühstück. Wollen wir ihn heute oder morgen um die Ecke bringen? Also, ich frage nur. Okay, den Hund raustragen. So, Pitches her absetzen. Heute, übermorgen. Ja, wir hatten gesagt, am Wochenende. Bitte das Geschäft zu erledigen. Ich mach kurz den Paul. Wann soll Miro sterben? Samstag? Sonntag? Sonntag? Let's go. Ah. Dann ruft ein. Ja, wir gehen mal rein. Oh, ist das nicht süß mit Pitches? Guck mal, Pitches hat Pipi gemacht. Oh, süß. Und dann kann sie, wenn sie mit Don telefoniert hat, bitte Pitches, nochmal bitten, das Geschäftsherr... Oh, guck mal, Pipi macht AA. Äh, Pipi macht AA, genau. Pitches macht AA im Garten. Oh, ist das süß. Mein Fell beschwärzt sich gerade. Warum lufst du mich nie, wenn ich Pipi mache? Ah, ist das süß. Das meiste wird um die Ecke bringen. Um die Ecke mit ihm auf dem Spielplatz spielen. Ich hab recht, oder? Bitte sag ich... Ja, wir spielen mit ihm auf dem Spielplatz. Machen verrückt auf dem Spielplatz des Todes. Aber einen Spielplatz... Kannst du bitte Pitches da oben absetzen? Ah, ich hab dir gesagt, du sollst Pitches da oben absetzen. Und nicht, dass du in das Häufchen treten sollst. Warum kann ich das nicht wegwerfen auch so jetzt? So, und dann... Kann sie perfekt staubsaugen. Warum soll er überhaupt sterben? Habe ich irgendwas verpasst? Äh, wir spielen ja die Disney Legacy Challenge. Und im... In den Regeln steht, dass er sterben muss, bevor Tina, also Tiana, zur jungen Erwachsenen wird. Und da... Er im Film, wenn ich das richtig im Kopf habe, stirbt, wenn sie ein Kind ist. Wollen wir das hier auch so machen. Deswegen muss er sterben. Wir spielen im Sandkasten und buddeln ihn ein. Genauso als es. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ach so, sind wir schon so weit? Ja! Leider! Louise, herzlich willkommen! Danke fürs Folgen! Von Herzen kommendes Kompliment machen. Kommt schon... Äh... Über Spielzeuge reden. Dann werden wir einfach ein bisschen jemanden parodieren. Wir werden einfach noch ein bisschen Familienzeit mit ihm verbringen. Tag verschönen. Tina und Myro sind zu eben gute Freunde geworden. Okay, er soll am Sonntag sterben. Und der hat einen guten Ruf. Nein! Ist das jetzt eigentlich in dem Spielstand gewesen, wo sein Vater schon gestorben ist? Will... Nein, er lebt noch. Gefühle erhalten. Weißt du was? Es war wundervoll, mit dir Zeit zu verbringen. Wir haben tolle Erinnerungen gesammelt. Und es werden nicht die letzten sein. Da bin ich mir sicher. Ist das... Das Spiel! Und dann wird er nochmal... Frag andere Kinder, ob du mitmachen darfst. Und dann wird er nochmal Cici leidenschaftlich küssen. Aber gibt es nicht noch ein drittes Kind mit ihm? Oder habe ich da was falsch verstanden? Doch, es gibt noch ein drittes Kind mit ihm. Das werden wir dann heute Nacht machen. Okay, also ihr habt gesagt, er soll am Sonntag sterben. Guckt euch die beiden doch mal an! Warum verlangt diese Regeln das von mir? Erpressen. Oh Mann. Pannengraben. Guckt sie euch doch an, die beiden schnückeln. Ein Abschiedsbaby. Ja, ein Abschiedsbaby. Und da ist Peach, ist das andere Baby, was wir haben. Oh Mann. Oh Mann. Wartet, ich wollte mal gucken. Weil wir wollten ja, dass Cici halt danach auch arbeiten geht. Ähm, Jobs suchen. Ich wollte mal gucken, wann sie dann anfangen müsste zu arbeiten. Wenn sie Montag anfängt, dann... Ne? Ähm... Köcheln. Ne, sie müsste Sonntag arbeiten. Das heißt, wir werden das halt erst morgen machen. Und dann... Ähm... Ja. Oh Mann, Leute. Ich hoffe, es wird ein Junge und dann... Und dass du ihn vielleicht so ähnlich nennst, deinen Namen, dann ist der die gleiche Bedeutung. Oh Mann, Leute, ich bin nicht ready dafür. Die Mädels können jetzt mal kurz ihre Hausaufgaben machen. Sie sollen ja gute Schülerinnen sein. Myro spielt am PC. Hat er noch eine Rose im Moment. Ich glaube, die hat er von Cici bekommen. Oh Mann, Leute. Wir können das doch nicht machen. Es kann doch noch nicht schon so weit sein. Ich kann doch mal perfekt Staub saugen. Und dann kann sie Peaches streicheln. Okay. Hallo, kannst du mal eine Roomtour machen? Also vom Haus. Das ist unser Haus. Das Haus ist so winzig. Da ist nicht so viel mit Roomtour. Wer ist denn das? Elena Greenberg. Müssen wir sie kennen. Freundlich vorstellen. Zergen erst mal Hallo. Sie ist düster, klemptomanisch. Auf Wiedersehen. Verschwinde. Keiner Lust, dass sie uns verklaut. Oh, da ist jemand richtig stinkig. Das Spiel mag dich, da bin ich sicher. Ja, ja. Baby, Baby, Baby. Äh, kann sie bitte gehen? Okay, Myro muss gleich zur Arbeit gehen. Was ist das letzte Mal, dass er zur Arbeit geht? Das ist einfach das letzte Mal. Oh Gott, Leute. Ich kann das nicht. Wird er dann vergiftet im Restaurant? Ja. Ich kann das nicht, Leute. Ich kann das einfach nicht. Und was wird er sterben? Er wird vergiftet. Also je nachdem, ob wir dieses Kugelfisch-Dingens bestellen können, ähm, wird er das essen und dann wird er entweder vom Spiel dadurch vergiftet oder wir machen das. Ansonsten nehmen wir irgendein anderes, ähm, ein anderes Dingens und, äh, vergiften ihn dann manuell. Jetzt wollte ich jetzt gucken. Achso, sie ist, sie ist korrekt. Achso, nachbarschaftliche Aktionspläne haben wir ja auch, oder? Können wir für irgendwas abstimmen? Hallo, Clara, herzlich willkommen. Dein Ernst? Ja, ach, das mit dem Rauferei erwünscht ist so nervig. Das mit dem Teilen bedeutet Kümmern ist auch so nervig. Ähm. Ja, wir werden hier einfach mal 10 Stimmen dafür abgeben, damit das auf jeden Fall kommt. Damit das auf jeden Fall kommt. So. Hallo, Luise! Oh Mann, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Sie wollten auch mal Staub saugen. Und hier das Deck schrubben. Bis zur Perfektion polieren. Sie ist ja so die Putzerin bei uns im Haus. Es ist CC, Leute. Es ist einfach CC. Gehört das zu einem Pack? Was genau? Jetzt mal meine letzte Nachricht. Der männliche Vorname Myro bedeutet übersetzt der Friedliche, der Berühmte und der Bedeutender. Er war ja auch sehr friedlich, bis auf die Tatsache, dass er halt im, ähm, als Agent arbeitet. Das mit der Nachbarschaft, ja, das kommt mit Eco Living. Oh Mann. So, hallo, Laksane, herzlich willkommen. Dann servieren wir noch ein Abendessen. Für uns drei, also die kleine Familiengröße. Okay, sie können das sogar benutzen. Hallo Melva! Und danke für drei Monate. Danke schön! Juhu, drei Monate. Das machst du toll. Mach weiter so. Danke schön! Oh! Warum kocht sie denn jetzt nicht? Okay, Leute. Ähm, ich würde das hier tatsächlich jetzt, ähm, ersetzen durch weitere Arbeitsplatten. So. Weil das einfach, soweit ich das jetzt beurteilen kann, für uns einfach praktischer ist. Wiii! Und dann... Wo ist denn die Küche jetzt? Da vorne. Dann platziere ich da auch noch. Du hast ja einen Welpen, oder habe ich das gerade falsch gesehen? Wir haben einen Welpen. Wir haben ein süßes, kleines Schnuffelbärchen. Namens Peaches. So. Die Sachen platziere ich dann mal so, dass sie halt für ein Spiel auch da erkannt werden. So, kannst du das jetzt machen? Okay, jetzt kann sie das machen. Vielleicht würde ich auch das Waschbecken noch ein Stückchen hier rüberschieben. Aber auf jeden Fall, ähm, haben sie jetzt da Platz. Das hier ist die kleine Peaches. Das ist unser kleines Baby. Aktuell noch unser kleines Baby. Weil, äh, man munkelt, man munkelt, dass da vielleicht noch was passieren würde. Oder passieren könnte. Äh, lebt der Papa noch? Ja, der ist gerade aus Arbeit. Aber es sind seine letzten 24 Stunden. Und es ist... So mit diesem... Mit dieser Gewissheit, ähm, dass es bald vorbei ist. Das ist schon irgendwie seltsam. Hallo, Marlies, herzlich willkommen. Ich war nicht jetzt schon, hab ihn gefühlt gestern erst erstellt. Ja, ich hab letztens auch überlegt, wie lange wir jetzt gebraucht haben bis zu diesem Punkt. Und wir haben anderthalb Monate jetzt mit dieser Familie so verbracht. Okay, sagen wir mal so vier, fünf Wochen. Weil in der letzten Woche gab's ja keine Sims-Dreams. Das heißt... Wir haben auch so unsere Zeit mit Miro verbracht. Und... Mit den Zwillingen und... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist alles ein bisschen... Ein bisschen anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. So emotional anstrengend. Wisst ihr, wie ich das meine? Okay, dann geht sie jetzt dann... Also räumt sie noch ein bisschen auf, geht dann schlaf. So wie der ganze Rest der Familie. Wie sie möchte schlafen gehen, bitte. So. Gott, Leute. Meinte den Welpen, nicht das bei dir ableben. Sehr süß. Oh, Mann. Oh, Mann, Leute. Es ist halt einfach... Es ist fast Sonntag. Das heißt, es ist fast soweit. Dass Miro von uns gehen wird. Werft nochmal einen Blick auf sein Bild. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ich kann das doch nicht. Vielleicht können sie morgen noch irgendwo hinfahren nach Solani oder so. Aber Solani ist für mich immer so eine Urnobes-Location. Deswegen hätte ich gesagt, dass sie vielleicht in den Park gehen, wo sie geheiratet haben, um nochmal die ganzen Emotionen hochzuholen, dass sie dort den Tag verbringen. Und dann gehen sie abends essen und dann passiert das. Hast du auch einen Todes-Mod oder regest du das anders? Also ich würde im Restaurant gucken, ob es dieses Kugelfisch-Nigiri gibt. Und wenn das halt schlecht zubereitet ist, dann wird er dadurch automatisch vergiftet. Ansonsten, wenn es das nicht... Also, glaube ich zumindest. Ansonsten, wenn es das nicht gibt, würde ich tatsächlich mit dem Mod nachhelfen, dass... Also mit dem MC-Command-Center-Mod, dass er dann halt so vergiftet wird. Dann geht das letzte Mal schlafen. Wie bekommen sie dann Geld, also wenn Myra tot ist? Dann geht Sisi arbeiten. Weil ich wollte nämlich, dass sie sich jetzt am Sonntag quasi da als Köchin nach ihrem Studium bewirbt, dass sie jetzt erstmal den Umzug geregelt haben. Und dass sie dann am Montag quasi ihren ersten Arbeitstag hat und die Familie möchte das dann feiern. Und will essen gehen. Und dann passiert es. Und ihr wisst alle, was mit S gemeint ist. So, die Mädels sind einfach um 6 Uhr schon wach. Vergiss das Kind nicht. Ja, das werden sie jetzt am Morgen gleich machen. Also, sie wird jetzt Frühstück servieren. Frühstückseierlei. Weil sie kann jetzt gerade nicht auf Toilette gehen und macht sich locker in die Hosen. Und wenn Myra dann ausgeschlafen ist, werden sie ein bisschen tächtemächte. Gibt doch auch so eine Lebensversicherungsmord, den hast du aber nicht, oder? Nee, aber ich hab das eigentlich eingestellt. Nee, das ist nur, wenn man... Nee. Also Lebensversicherung hab ich nicht. Können die Kinder bitte einfach aufhören, Chaos zu stiften. Oh, Tina räumt einfach auf. Okay, dann nehmt euch bitte etwas zu essen, Kinder. Und frühstücken wir sie alle gemeinsam. Er wird jetzt auch aufstehen. Die Nacht war jetzt ein bisschen kürzer als normalerweise, aber es war auch seine letzte. Und dann frühstücken sie alle zusammen. Oh nee, der erste Wintertag wird so bedeutend. Ja! Wir müssen ihnen theoretisch auch, ähm... Auch Winteroutfits geben, aber das machen wir dann später. Oder machen wir das heute? Wir machen das heute noch, weil sie gehen ja dann zum... Zum Park. Ah, Leute. Moment, wir können ja mal ganz kurz gucken. Sie wäre glücklich, schwanger zu sein und er wäre glücklich, ein Kind zu bekommen. Leute, die beiden... Jetzt ist der Moment, auf den ich eigentlich gewartet hatte. Die beiden wollen ein Kind. Wir gehen jetzt mit ihm dann zu Sisi und fragen, ob sie aufhören wollen zu verhüten. Weil sie sich jetzt gedacht haben... Oh, sie denkt doch an Windeln! Weil sie sich jetzt gedacht haben, hey... Jetzt wäre doch vielleicht ein guter Zeitpunkt für ein weiteres Kind. Mann, Leute, ich bin so nervös. Aktuelles Verhalten, Maßregeln. Wir bitten sie einfach, kein Chaos anzurichten. Und dann werden sie in der Dusche ein Baby machen. Das Spielgerüst im Garten ist auch vom Spiel. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, ich glaube, das kam... Leute! Die Pinwand ist von Elternfreunden, ja. Oh mein Gott! Okay, Leute, wie lange dauert das noch? Oh mein Gott! Sie kann sich aber nicht übergeben! Ich weiß jetzt nicht... Leute, wir gehen auf Nummer sicher. Sehr romantisch, während die Kinder Chaos veranstalten. Ja, man muss halt gucken, ne? Wo Zeit ist. Wir machen das jetzt nochmal, weil da steht nicht übergeben. Oh! Oh, Nikolaus ist morgen. Und heute ist auch Flohmarkt. Sie muss auch wirklich mal duschen. Warum werden die eigentlich nicht sauber, wenn sie dauernd hat der Duschetechte möchte? Sie kann sich immer noch nicht übergeben. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder nicht, aber wir werden jetzt erstmal die Winteroutfits verteilen. Auch an Miro. Und vielleicht sehen wir dabei schon, ob sie schwanger ist oder nicht. Wollen wir das jetzt schon wissen? Oder wollen wir... Also... Weil... Okay, wir geben mir jetzt einfach mal ein neues Outfit. Ein neues Winteroutfit. Okay, was würde... Ich zögere das ein bisschen mit Miro raus, ne? Ich zögere das echt ein bisschen raus. Äh... Ganz wilder Vormittag, ja. Oh, da geht die Post ab. True. True. Aber... Was getan werden muss, muss getan werden. Ich glaube, sie könnte das hier... Vielleicht so gestreift mit einer Strumpfwurse könnte sie im Winter anziehen. Nee. Nee. Können Welpen auch einen Umhang tragen? Oh, ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ah, nee. Die Schwur gefallen mir nicht so gut. Mmh... 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 Ich kann aber mal gucken, ob er einen Umhang tragen kann. Und dann kann sie hier einfach... Ich weiß nicht, ob sie den Pulli anzieht. Ich finde den aber auch mega süß irgendwie, aber ich weiß es nicht. Ach ja, Leute. Oh, ich denke mal, ich würde hier vielleicht den hier anziehen. Und den gibt es nicht in einem Farbton, der mir so gut gefällt. Aber ich mag den Pulli eigentlich auch. Ich glaube, ich lasse den trotzdem. So, dann hat sie natürlich eine Jeans an. Das ist ja ganz passend schon. Und dann zieht sie bei dem Outfit einfach so ganz normale Stiefel an. So, Miro. Das passt eigentlich für den Winter. Da müsste er theoretisch einfach nur noch was Längeres anziehen. So. Fertig. Und die beiden Prinzessinnen. Das geht eigentlich auch für den Winter. Das passt eigentlich auch für den Winter. Und bei ihr... Ja, das ist okay, oder? Ich finde, das ist okay. So. Das habe ich vergessen zu gucken wegen... Wegen dem Welpen. Ach, Mann. Aber... Moment, können das Welpen? Weil ich bin mir gerade tatsächlich gar nicht mehr so sicher. Oh Gott, Leute. Jetzt schlägt einfach Miro's letztes Stündchen. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, sie möchte nochmal kurz duschen, weil... Ihre Hygiene ist ein bisschen low. Der restlichen Familie geht es gut. So, und dann... Gesellschaft... Ach, Begrüßungskomitee. Ja, ist mir doch egal. Peaches ist älter geworden. Sie ist zu einer erwachsenen Hündin geworden. Oh, es ist immer noch so winzig. Guck mal, wie klein Peaches ist. Oh, ist das nicht süß? Okay. Weil deswegen fahren wir jetzt in den... Nee, das ist nicht der Park, wo sie geheiratet haben, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber wir fahren einfach dahin. Ich glaube, das ist nicht der Park. Aber weil sie hier in Newcrest dann auch essen gehen würden, denke ich zumindest. Weil wir dann neue Restaurants platziert haben, würde ich tatsächlich dahin gehen, oder? Ja, dann können wir den auch mal ein bisschen erkunden. Süß, wächst die noch? Nee, die bleibt zu klein. Ich finde es gut, wenn sie einen Schwangerschaftstest macht und sie daraufhin essen gehen, zur Feier. Ich hatte eigentlich gedacht, dass sie erst nach seinem Tod rausfindet, dass sie schwanger ist. Dass wir... Also, ich würde ihr jetzt noch quasi am Telefon den Job zur Köchin geben. Da müsste sie ja morgen anfangen. Und dass sie da dann quasi, während sie jetzt im Park sind, die Zusage dafür bekommt. Und sie stinkt immer noch. Sie hat nicht geduscht. Warum hat sie nicht geduscht? Ich cheate das jetzt einfach hoch, okay? Also, Köchin. So. Sie hat einen Einstellungsbonus erhalten. Und sie beginnt am Montag um zwölf. Dass sie jetzt quasi sagen... Hey, ich habe die Zusage für einen Job bekommen. Und... Dass sie halt deswegen dann quasi essen gehen. Können wir das hier irgendwie... Wir waren einfach eine tiefgründige... Och, was ist mit den Kindern los? Aber es ist ein Safe, dass sie schwanger ist. Ja. Also, ich habe gerade im Creative Sim geguckt. Da stand, man kann schwangere Sims nicht bearbeiten. Und anordnen, keinen Chaos anzurichten. Oh, da ist Flynn, da ist ihr Bruder! Über Gourmetspeisen reden. So, und die freuen sich jetzt. Alles sehr schön. Und ja. Woher ist der Beruf Köchin? Der steht da, weil wir den Abschluss haben an der Uni. So, die Mädels können hier ein bisschen Pirat spielen. So. Peaches rennt hier auch ganz fröhlich rum. Peaches ist einfach so süß. Hallo, Twin Peaks Industries! Peaches! Also ja, es ist safe, dass sie schwanger ist. Wir können aber... Moment. Nee, das können wir da gar nicht machen. Aber ich glaube... Wir könnten das spätestens im Restaurant, dann an der Toilette sehen, wenn da steht übergeben. Aber ich glaube, es steht übergeben da. Ist er schon tot? Noch nicht, Markus. Noch nicht. Aber heute ist der Tag der Tage. Die beiden können ja... Wir können ja sicherheitshalber nochmal Baby machen. Irgendwer wischt da gerade unsere Schuhe trocken. Ist der Park aus der Galerie? Der sieht ein wenig verwildert aus. Ja. Das ist der... Newcrest Family Park, hieß er, glaube ich. Guck mal, da sind... Dings hieß. Ich glaube, das sieht hier nur aus, weil... Also das sieht hier nur so ein bisschen... komisch aus, weil die ganzen Bäume ihre Blätter verloren haben. Was, wenn es Meerlinge werden? Wir werden das mit dem Ultraschall-Mod quasi testen. Und wenn es Meerlinge werden, dann werde ich die Anzahl runterdrehen, weil sie dafür nur ein Kind haben. Können sie nicht das... Können sie ja nicht Baby machen? Funktioniert das nicht? Romantik? Anscheinend nicht. Warum auch immer. Weiß es nicht. Aber eigentlich müsste das noch gehen. Geht ein Teich der Mächte? Ne, irgendwie auch nicht. Wo bringest du ihn dann um die Ecke? Cockpit oder Electrical? Im Restaurant, also in der Cafeteria. Ja, ich kann's... Ich kann nicht mehr reden, ne? Oh mein Gott. Und sie wird dann halt einfach... Haben wir die eigentlich noch? Ja, wir haben noch die ganzen Blumen von ihrer Mutter, die wir dann noch einpflanzen werden und mit wieder in ihren Garten aufbauen. Die Kinder? Ist das unseres? Ne, Gott sei Dank. Ich dachte schon, unser Kind macht hier gerade irgendwie ein bisschen Stress. Ist ja natürlich auch richtig cool gemacht hier. Mit dem Sandkasten-Dings. Ich würde sagen, so um 15 Uhr gehen wir dann zum Restaurant, weil das ja auch noch ein bisschen dauert. Und, oh Gott, dann ist es heute einfach soweit. Hallo Maximix, herzlich willkommen. Oh, Leute. Ich kann das doch nicht. Peaches lebt gerade das schönste Leben, was sie jemals hatte. Guckt sie euch an, die kleine Maus. Können wir mit ihr spielen? Oder auch nicht? Training. Dann trainieren wir sie mal ein bisschen und dann geht sie nämlich gleich ins Restaurant. Okay, können wir nicht, weil ich glaube, sie ist gerade ein bisschen am rumflitzen. Auf jeden Fall haben die Kinder den Spaß ihres Lebens. Und... Oh mein Gott. Er sitzt hier einfach und quatscht so mit den Leuten. Hallo Valkyrie, herzlich willkommen. Ihr seid alle pünktlich zum Abschied von diesem schönen jungen Mann hergekommen. Oh Mann, ey. Oh Mann. Er ist noch nicht mal erwachsener, Leute. Er ist einfach noch nicht mal erwachsener geworden. Okay, Leute. Die Kinder haben genug gespielt. Wir haben so einen kleinen Familientag im Park verbracht. Und jetzt gehen wir zum Shimutsu und gehen da was essen. Hallo Nadine, herzlich willkommen. Kann man im Pack Dschungelabenteuer eigentlich auch vergiftet werden durch eine Falle oder ähnliches? Ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube ja. Oh Leute, ich kenne das nicht. Ich kenne das nicht. Ich kann ihn doch nicht jetzt einfach vergiften. Oh Mann, Leute. Oh, ist es schon so weit? Ja. Wir haben es so lange rausgezögert, wie wir konnten, aber jetzt ist es so weit. Sie hat schon die Brotklinik an. Oh nein, Sisi, nicht das. Nicht das, Sisi. Zieh dir das andere Kleid an. Genau das, das ist okay. Du schaffst das schon. Oh, ich hoffe es. Eigentlich wollte ich um 17 Uhr duschen gehen, aber ich will den Tod nicht verpassen. Ich wollte eigentlich um 17 Uhr aufhören mit Stream. Aber das müssen wir jetzt noch machen. Um Tisch, bitte. Wir bitten einfach um diesen Tisch. Oh Gott. Oh Gott, 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 was machen wir hier? Herzlich Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich, ja. Oh Gott, Leute. Ist das Restaurant vom Trailer? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Zusammensitzen, bitte. Könnt ihr bitte alle mal herkommen? Moment, wir wollten doch erst noch gucken. Da steht übergeben. Also sie ist schwanger. Kannst du bitte dich mit hinsetzen? Und dann für Tisch bestellen. Okay. Also erstmal sie kriegt den weißen Nektar. Er kriegt den Montevista Reserve Renau. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Können die Kinder... Ich würde gerade sagen, können die überhaupt was trinken. Die Kinder kriegen Wasser. Hier einen schönen Ehemann um die Ecke bringen. Aber das ist ja... Es gibt hier kein... kein Nigri oder Nigiri. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Aber er wird die Vulkan-Pasta essen. Und die wird ihm nicht so gut bekommen. Sie wird den Ahi-Würfel essen. Sie nimmt die Riesengarnela. Und... den Honigwarben- Gartengemüse-Kelch. Nimmt Tina. Ich weiß ja nicht, wie gut die Köche sind. Es kann halt auch sein, dass sie einfach nur gut sind. So ist es dann halt mehr so, okay, er wurde vergiftet und nicht, er ist durch das Essen gestorben. Okay. Wollen wir ihn hier auf dem Grundstück gleich sterben lassen oder dann in der Nacht zu Hause? Warte, ich mache nochmal kurz einen Paul. Weil eine Vergiftung, die kann ja... die kommt ja nicht sofort meistens, glaube ich. Ähm... So. So, ja, wir hätten gerne was zu essen und was zu trinken. Dankeschön. Gott, Leute, ich bin so nervös. Ich bin einfach so unfassbar nervös. Beide Mädels können jetzt hier mal malen. Sie muss mal auf Toilette. Warum muss der Typ hops gehen? Weil das in den Regeln so steht. Also, laut den Regeln muss er sterben. Wir spielen ja die Disney Legacy Challenge und, ja. Tanja spielt um jede Minute, ja. Manches Gift braucht Monate. Ja, er sollte erst in ein paar Tagen sterben. Nee, ich würde ihn dann schon heute oder morgen, also hier oder zu Hause sterben lassen. Nicht die Frage wann, sondern nur die Frage wo. Oh Mann, ey, Leute. 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 Auf Wiedersehen. das sagen wir auch gleich zu ihm. Oh Mann. Sehe ich irgendwo, wie gut die Köche sind? Er muss pünktlich sterben. Oh Gott, Leute. Ich kann das doch nicht. Zu Hause sterben lassen. Quasi, sie kommen an, die Kinder gehen ins Bett, dann wollen sie schlafen und dann, dann soll er, dann stirbt er dann mitten in der Nacht. Was sind das für Disney-Figuren? Also das hier soll, also das hier ist unsere Cinderella, also Sissi und das hier ist unsere zukünftige Tiana. Wir haben sie Tina genannt. Oh, unser Hund ist voll traurig. Oh nein. Lass sie sterben, während sie einen Test macht. Oh mein Gott, nein. Das wäre ja sehr, sehr böse. Okay, wir rufen, dann ruft uns an. wir können gerade nicht. Und er nimmt mal bezahlten Urlaub. Vielleicht wäre tot durch Feuer für dich. Oh Gott, da hinten ist Feuer. Er soll zu Hause sterben, sagt ihr. Nadine, danke fürs Folgen, herzlich willkommen. Ich war tatsächlich am überlegen, ob ich diesen Mod installiere, den ich halt wie gesagt gestern bei Nina gesehen habe mit den Krankheiten, aber Hankers Mahlzeit, ja. Und guckt euch diese Familie an, die sind einfach so Zucker. Die sind einfach so süß. Moment, ich muss mal guckt sie euch an. Guckt euch diese Familie an. Sie sind einfach perfekt. Er darf nicht sterben, ich habe ihn gerade erst erstellt, aber aber die Regeln. Okay, ich glaube, Tina muss mal auf Toilette. Oder? Nee, warum ist sie jetzt aufgestanden? Achso, sie möchte Chaos veranstalten. Nee, nicht MC Command Center. Ähm, den Slice of Life habe ich deinstalliert, weil der Probleme gemacht hat, glaube ich. Aktuelles Verhalten, Maßregeln, streng, anschreien wegen angerichtetem. Oh, die Kinder! Kinder! So, jetzt wird sie erst mal beide Kinder anschreien. Und dann wird bitte weitergegessen. Okay, ich glaube, mehr experimentelle Speise essen. Könnt ihr bitte aufessen, Leute? Wir haben dafür bezahlt. Er ist glücklich. Mittagessen im Restaurant. Ich kann das nicht. Oh nein! Boah, Leute, das ist gerade voll traurig. Was ist das hier? Ist egal. Bei uns wird jedenfalls schon aufgeräumt. Okay, ausgezeichnet. Okay, der Koch hier scheint wirklich gut zu sein. Das heißt, bei diesem Kugelfisch-Dingens wäre er dann wahrscheinlich auch nicht gestorben. Sie fühlt sich sehr unwohl. weil sie erschöpft ist. Oh Gott, Leute. Könnt ihr mal bitte aufessen? Könnt ihr essen? Okay. Ich wollte gerade sagen, was zum Teufel ist das? Sie hat ein experimentelles Gericht fotografiert. Willkommen zurück, Ali! Ja, wir haben halt auch festgestellt, dass der Slice of Life jetzt nicht so sauber programmiert ist und deswegen habe ich mich dann entschieden, den rauszunehmen, weil der jetzt auch nicht so viel Positives mehr in mein Spiel gebracht hat. Oh mein Gott, Leute. Was machen wir hier? Okay, er hat aufgegessen. Er steht direkt auf und muss zur Toilette. Ach, hätte Myra doch nur Level 5 der Kochenfähigkeit besetzt, dann hätte er auch lernen können, diese experimentelle Speise zu Hause zu kochen. Das bringt ihm leider auch nicht mehr so viel. Hier ist ja mal aufgegessen, Leute. Sie haben einfach aufgegessen. Mich stört nur, dass ich jetzt keinen Drunk sein im Spiel mehr habe und ich könnte heulen. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Okay, wir beenden das Essen und fahren dann nach Hause. Gott, Leute, wir fahren jetzt nach Hause. Was liegt da für Essen auf dem Boden? Ich habe keine Ahnung, aber wir nehmen das einfach hin. Wir nehmen das einfach hin, dass da Essen auf dem Boden liegt und leben damit. Oh mein Gott. Leute. Macht euch bereit. Holt euch Taschentücher. Wir werden selbst von Myroof verabschieden. Warum ist mein Kleinkind eigentlich ständig traurig oder wütend? Es steht dann auch immer, dass sie verletzt ist. Äh, weiß ich nicht. Ist er jetzt schon vergiftet? Nee. Also, ich glaube, da gibt es kein Mutlid für. Wir werden sie jetzt nochmal Baby machen lassen. Die Mädels gehen jetzt schlafen, nur um sicher zu gehen, weil sie wollen ja noch ein drittes Kind. Und dann... Dann wird er sterben. Ich bin einfach froh, dass du den Hund nicht vergessen hast. Ich geb ja mein Bestes. Der Geburtstag von Myroof. Er wird nicht mehr miterleben. Willkommen zurück, Hamster, Lele. Er könnte auch beim Baby machen am Herzenfall sterben. Ich hab mein Handy in den Wäschekorb gelegt. Fragt nicht. Okay, dann fragen wir nicht. Sie geht jetzt bitte nochmal schlafen. Bitte nicht in ihrem Hochzeitskleid. Oh mein Gott, Leute. Ich werde das jetzt nicht so schnell vorspulen lassen. Ich mach's jetzt nochmal richtig spannend. Oh Gott, Leute, ich bin so nervös, ne? Ich bin so nervös. Hallo, ihr Lieben. Bin zum Glück noch nicht zu spät. Melinka, du kommst, du kommst perfekt. Okay. Leute, ich will nicht. Der Hund ist auch schon so sad. Bitte, während sie einen Test macht, das wäre iconic. Ach, ich weiß nicht, ob ich das so zeitgleich hinkriege. Aber wir können das ja so machen, wenn ein Leben geht, entsteht ein neues und so. Oh Gott. Oh, das ist ein bisschen makaber, Emily. Jetzt muss er aufstehen und merken, dass es ihm nicht so gut geht. Ja, ich warte noch auf die richtige Uhrzeit, weil er wird ja sowieso, glaube ich, bald aufwachen, weil er dreckig ist und dann wachen die Sims ja immer auf, glaube ich. Bin mir gerade gar nicht sicher. Oh mein Gott. Das Leben ist ja schon entstanden. Hä, kennst du den Spruch nicht? Ja, schon, aber ich bin es trotzdem ein bisschen makaber. Leute, ich will nicht. wenn das dritte Kind da ist und die beiden Teenager sind, könnte man ja das Zimmer von den Kindern vergrößern und Cece schläft im Wohnzimmer mit dem Bett von... Mareike, das ist eine so gute Idee, dass sie dann einfach dieses Klappbett da holt. Am Ende ist sie nicht schwanger, aber er ist schon tot. Sie ist schwanger. Es könnte halt nur sein, dass sie das Kind verliert. Oh nein, er ist von alleine aufgestanden, Leute. Ich habe nichts gemacht, er ist von alleine aufgestanden und ich weiß nicht warum. Okay, weil er stinkt. Hallo Ismail, herzlich willkommen. Okay, Leute, er ist aufgewacht, weil er stinkt, aber wir tun jetzt einfach mal so, als wäre er aufgewacht, weil es ihm nicht so gut geht. Und das muss ich nur noch rausfinden. Oh nein. Okay, ich drücke jetzt, Leute. Drücke jetzt, ableben durch Gift. Ich will das nicht. Ich meine jetzt schon, ich will nicht. Okay, er hat sich aber zumindest noch rumgezogen. Aber es kriegt einfach keiner mit. Ich wechsle jetzt auf. Ich will, dass sie jetzt hier hingeht und es mitbekommt. Nein, im Dreck. ich will nicht. Kannst du bitte nicht so, aha, so lange, passen. Ich bin noch kurz verstanden. Auch wenn das jetzt die Stimmung stört, aber... Ich wollte einfach nur für's Thumbnail im Bild, wie sie heult. So ein Standbild, so ein kurzes und dann... Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, weil beim letzten Mal hat das überhaupt nicht funktioniert. Ich kann ja mal bitte auf, unseren Hund zu belehren. Okay, Leute, das war der Tod von Miro. So... Wie sie sich so halb übergeben muss, ja. Ich würde sagen... Äh... Wir machen jetzt noch das Grab hier draußen. Wir platzieren hier schon das Grab. Oh Mann, ey, Leute. Wie, wie baut man denn ein Grab? Wir machen das am besten mit der Hecke, oder? Moment. Dass wir hier einfach so eine... So eine kleine Ecke hinbauen. Aber der Tod war doch sehr würdefend, nicht mit langem Leid verbunden. Das stimmt. Oh Mann, das sieht ja... Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Was sind denn hier Blumen da? So, ähm... Ja, hier einfach so... Blümchen. In diesem Busch ist zu groß. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ich würde eine Kerze dazu stellen. Gibt es hier eine Kerze? Move objects on. So. So. Vor allem ist sie einfach sehr inspiriert. Sie ist halt irgendwie so gefühlt überhaupt nicht traurig. Obwohl grad... Weil sie ihre wahre Liebe verloren hat. Weil sie Zeuge des Ablebens eines Sims war. Und weil sie um einen Freund trauert. Und sie ist irgendwie überhaupt nicht traurig. Und jetzt fällt Schnee. Kannst du euch eine Rose auf dem Grab platzieren? Ja, ich hatte auch überlegt. Weil, äh... Sissi... Hatte ihm ja auch eine Rose geschenkt. Aber... Ich weiß nicht, wie wir die hier hin platziert kriegen. Die kommt schon wieder Schnee, Regen runter. Bin jetzt wirklich leid. Da möchte ich endlich richtig früh legen. Ja, und bei uns schneitzt sie auch. Im Spiel. Kann man die nicht an der Vase platzieren? Nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm... Finja, danke fürs Folgen. Herzlich willkommen. Amen. Also wenn ihr wisst, wie ich eine Rose da platzieren kann, dann sagt mir Bescheid. Aber auf jeden Fall stehen jetzt erstmal Kerzen. Ich würde tatsächlich auch sein Geist ins Jenseits entlassen. Weil sonst geistert er die ganze Zeit ja bei uns rum. Versteht ihr? Er geistert bei uns rum. So. Mhm. Und die Kinder haben einfach nichts davon mitbekommen. Also hier steht, dass die Zeuge vom Ableben eines geliebten Sim waren. Aber wir können ja sagen, dass, ähm... Dass sie morgen halt alle nochmal ein bisschen trauern. Und dann entlassen wir den Geist ins Jenseits. Damit er halt nicht die ganze Zeit, ähm, bei uns rumgeistert. Und dann sagen wir den Kindern einfach so, ja... Eurem Vater ging es nicht so gut. Und er ist ins Krankenhaus. Und er hat's leider nicht geschafft. Und dann, sie werden einfach beide um drei Uhr nachts wach. Na gut, dann ist der Tag jetzt halt einfach ein bisschen früher gestartet. Und jetzt sind sie alle sehr traurig. Und sie wird jetzt wegen Ableben trösten. Erstmal ihre beiden Kinder trösten, auch wenn es... ihr selber nicht so gut geht. Und sie muss selber pipi. So, und jetzt wird sie sich erstmal um ihre beiden Mädels kümmern. Also da sie jetzt pipi muss, würde ich auch sagen... Okay, sie weint gleich erstmal. Okay, dann kann sie sich ausheulen. Und dann kann sie sich noch einmal ausheulen. Und dann wird sie einen Schwangerschaftstest machen. Und dann wird sie auch herausfinden, ob sie ein Kind bekommt oder nicht. Es gibt auch diesen Blumentisch, sie könnte das ja anfangen und ihm regelmäßig neue machen. Äh, ja, das hatte ich vor, weil... Oh, das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Wir bräuchten ein Gewächshaus, aber wir können kein Gewächshaus bauen. Eieiei, das ist jetzt natürlich doof. So, die Kinder sind natürlich beide traurig. Ist ja auch verständlich, weil ihr Vater gerade gestorben ist. Und... sie heulen sich jetzt noch ein bisschen aus. Oh man, das ist so traurig einfach. Vor allem, weil jetzt halt auch noch so der erste Schnee kommt. Okay, wer ist jetzt als erstes auf Toilette? Okay, sie ist als erstes auf Toilette. Und sie ist schwanger. Sie muss immer noch auf Toilette. Ja, das war jetzt ein bisschen anders alles, als sie sich das erhofft hat. Als sie sich das erträumt hat. Und... Ja. Sie möchten auch auf Toilette. Die beiden Kinder möchten auch auf Toilette. Schwanger von einem toten Mann. Sad times. Das stimmt. Ich werde die Mädels sich jetzt erst mal fertig machen lassen. Und dann gehen sie nochmal... alle drei gemeinsam... zu seinem Grab. Was einfach komplett zugeschneit ist. So, sie möchte bitte auch nochmal auf Toilette. Ich will mir nämlich nicht... Also ich will nämlich nicht, dass die sich in die Hosen machen, wenn sie gerade da im Grab stehen. Und dann... gehen sie bitte alle drei nochmal hier hin. Werte, sie nehmen wir Essen mit, oder? Sie nehmen wir Essen mit. Aber zumindest... Ah, sie geht erst mal duschen. Aber sie sollte auch mit hier hin kommen. Steigt der Schnee? Ja, ein bisschen, glaube ich. Kannst du bitte hier stehen bleiben und nicht essen gehen. So, und dann... können sie alle drei einmal um Myra trauern. Natürlich stellt sie sich draußen vor. Das ist so klar gewesen. Kann sie bitte hier mit reingehen? Um Myra trauern, bitte. So. Kann das so hoch sein, dass sie nicht aus dem Haus kommt? Nee. Wie lange streamst du noch ungefähr? Ich höre jetzt auch gleich auf. Hilft das, dass die Traurigkeit schneller vorbeigeht? Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, das macht sie sogar noch trauriger. Aber ich wollte, dass sie... Oh, Peaches ist einfach auch hier. Ich wollte, dass sie sich quasi so nochmal verabschieden. Und jetzt müssen sie auch zur Schule. Sie kann Cerealien essen. Die Mädels gehen jetzt... Ich glaube, sogar zu ihrem ersten Schultag, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber... Auf jeden Fall... War das heute ereignisreich? Okay. Und mit diesem Anblick von einer traurigen, schwangeren Sissi, die gerade Müsli isst, werde ich mich heute von euch verabschieden. Erstmal danke YouTube und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Und...